Herzlich Willkommen zum DigitalCamp. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Unser heutiges Webinarprogramm starten wir mit dem Thema digitale Wirkungsmessung von Projekten. Und dazu schauen wir uns an, welche strategischen Fragen man sich im Vorfeld einer digitalen Wirkungsmessung unbedingt stellen sollte und welche Grundlagen für Wirkungsorientierung und Projektsteuerung geschaffen werden sollten. Hierzu begrüße ich ganz herzlich unsere heutige Referentin, Katrin Wieland. Sie ist Co-Founder und CEO von Tola Data, einer webbasierten Software zur Wirkungsmessung sozialer Projekte. Herzlich Willkommen, Frau Wieland. Dankeschön. Die Unterlagen zu diesem Webinar finden Sie im Anschluss auf der Webseite des DigitalCamps. Dort stehen Sie dann zum Download bereit und Sie können sich die eben runterladen. Sie haben zudem auch die Möglichkeit, sich jetzt nach dem Webinar in unserer Facebook-Gruppe OnlineCamp für Non-Profits mit den Referenten und auch den anderen Teilnehmern auszutauschen. Den Link dazu spiele ich Ihnen gleich im Chat ein. Soviel jetzt von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen nun ein spannendes Webinar und übergebe an Sie, Frau Wieland. Ja, herzlichen Dank und willkommen auch von mir aus Berlin, auch sonnig gerade noch. Ja, das heutige Thema heißt ja, digitale Wirkungsmessung einfach gemacht oder auch einfach mal machen. Das ist eigentlich mein Appell. Warum biete ich das an? Weil ich jetzt seit zwei Jahren in dem Bereich eben digitale Wirkungsmessung oder digitales Wirkungsmanagement unterwegs bin und vorher auch lange in Organisationen gearbeitet habe und merke, dass es da eine Lücke gibt. Eine Lücke zwischen dem, was wir eigentlich wollen. Ganz viele Organisationen, mit denen ich spreche, sagen, wir sind wirkungsorientiert. Das ist für uns ganz wichtig. Aber auch mit dem Messen, das ist schwierig. Und ja, und deswegen will ich heute an Sie appellieren und Ihnen auch so ein bisschen aufzeigen, dass man es vielleicht einfach mal anfangen sollte. Und eben, und da kommen wir dann gleich zum ersten Thema, dass ich überzeugt bin, dass neue Tools, die es gibt in allen Bereichen, also dieser Software-as-a-Service oder Web-basiert oder Cloud-basiert, das ist ja alles das Gleiche, also digitale Tools, die ich einfach runterladen kann, die ich nicht runterladen kann, sondern die ich im Web eben nutze und die oft eben auch sehr, sehr intuitiv und nutzerfreundlich sind. Wie Frau Perisch gerade schon gesagt hat, gehen wir ganz kurz auf die Voraussetzungen ein, die es dazu braucht. Da streife ich auch einige Themen, die es diese Woche schon im Webinar gab. Ich mache das trotzdem nicht, weil ich anmaßend bin und glaube, dass ich da überall der totale Experte bin. Aber ich habe, wie wahrscheinlich viele von Ihnen auch, auch für ganz kleine Organisationen gearbeitet. Und ja, und weiß, dass man, wenn man in einer kleinen Organisation arbeitet, dann muss man ja irgendwie doch alles können. Genau, dann zeige ich Ihnen ein Beispiel, wie ein Tool, wie das aussehen könnte. Da verzeihen Sie mir, dass ich unser eigenes nehme. Dann gehen wir noch mal kurz auf die Veränderungen ein. Genau, und Kriterien zur Auswahl würde ich ziemlich am Schluss geben, Ihnen auch so ein bisschen aufzeigen, was gibt es eigentlich für Tools. Und dann habe ich so ein bisschen ein paar Links zusammengestellt, auf die Sie dann, wenn Sie die Unterlage haben, klicken können, sodass Sie zu allen Themen noch mal ein bisschen weiterführendes Material finden. So, dann steigen wir doch gleich mal ein. Zu den Herausforderungen gehe ich mal nicht ein, weil ich glaube, die können Sie mir alle ganz gut erzählen. Also Monitoring Evaluation, also Wirkungsmessung ist zeitaufwendig, ist komplex, man hat keine Ressourcen davor, man weiß nicht, wie man anfängt. Trotzdem also hier mein Appell. Ich glaube, dass es für Sie alle total Sinn macht oder für die meisten von Ihnen, weil man einfach, und das ist auch meine Erfahrung, eben rauskommt aus diesem Datensilos, aus dem Datenchaos. Man hat von Anfang an, vom Projekt Anfang an, alle Daten an einem Platz. Man kann es eben auch so machen, dass man quasi die Daten nicht immer wieder, also dass man nicht irgendwo Daten auf Papier, also Abfragen auf Papier macht. Dann müssen die in Excel eingegeben werden. Dann müssen die später noch mal übertragen werden. Sondern man hat im besten Fall so einen nahtlosen Fluss aller Informationen. Damit eben natürlich auch einen ganz, ganz guten Überblick über, was ist eigentlich wichtig, kann diese Daten, kann diese Information sehr viel einfacher mit Partnern teilen. Und wir alle sprechen jetzt immer von, ja, dieses datenbasierte Entscheiden oder dateninformierte Entscheidung treffen. Ich weiß selbst auch, wie schwierig das ist. Also selbst, wenn man für so ein digitales Tool arbeitet, ist es nicht so ganz einfach. Denn da gibt es natürlich, und das ist die zweite Herausforderung über Google Analytics und was nicht alles, so viel Daten, dass man sehr, sehr genau gucken muss, was brauche ich eigentlich? Was sind eigentlich die zwei, drei, vier Indikatoren, die mir wirklich eine Information geben? Aber auch ein Potenzial, wie ich finde, ist, dass man, dass es wirklich tolle Tools gibt, um Analysen zu machen, um zu visualisieren. Wie schon gesagt, ich komme überhaupt nicht aus dem digitalen Feld. Ich bin kein Data Scientist. Und trotzdem gelingt es mir, eben auch Dashboards zu erstellen, zu visualisieren mit diesen neuen Möglichkeiten, die mir dann sehr, sehr schnell auch gute Einblicke geben. Für mich ist das Wichtigste an Tools zur Wirkungsmessung für Monitoring, ist wirklich der Lernaspekt. Und auch eben immer wieder zu sagen, okay, wir machen das nicht dafür, weil der Geber das fordert, das Reporting ist wichtig, aber wir machen es eigentlich, um selbst zu lernen, um unsere Projekte besser zu machen, mehr darüber zu lernen, um das Wissen aufzubauen und dann eben auch darüber, dass ich das Wissen eben alles in einem Platz habe, das erhalten, wenn mal Fluktuation ist. Und klar, Reporting ist auch wichtig. Und das Thema Evidenz, wo habe ich Daten her, kann ich das irgendwo belegen, wird natürlich auch immer wichtiger. Genau, zu dem nächsten Thema, was sollten wir vorbereiten? Da gehe ich auf diese folgenden Themen ein, die Sie jetzt hier sehen. Das ist natürlich nicht eine umfassende Liste. Es gibt ein paar Themen, die ich nur sehr, sehr kurz streife. Aber ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht darüber und wir haben dazu auch im Ausland schon etliche Sessions gemacht. Wie mache ich mich bereit dafür, dass ich so ein digitales Tool nutzen kann? Was sind also die wesentlichen Dinge, die ich vorbereiten muss? Und da fangen wir einfach mal an bei dem Thema Strategie. Ich mache jetzt hier natürlich keine Strategie-Session. Dann wäre die Zeit vorbei. Entschuldigung, ich muss mal eben kurz mein Mikro etwas richten. Also rutscht so jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen eine Vision haben, an der Mission gearbeitet haben, eine langfristige Strategie haben. Also sehr genau wissen, was wollen wir eigentlich erreichen? Also was ist unsere Wirkung? Was wollen wir für unsere Zielgruppen, für unsere Begünstigten erreichen? Was ich gut und spannend war und deswegen sehen Sie unten diese sogenannte NGO-Value-Chain, also so eine Art Wertschöpfungskette. Darüber kann man jetzt streiten, ob man so ein Tool richtig und gut findet. Ich finde das sehr, sehr gut, um daran einfach mal durchzugehen, welche von diesen verschiedenen Bausteinen, was sind da meine Prozesse, was habe ich vielleicht schon digitalisiert, wo sind Lücken? Und ganz rechts ist natürlich der Baustein Wirkung, der am Anfang und am Ende natürlich der gesamten Wertschöpfungskette steht. Also was will ich erreichen? Und auch wenn wir uns auf den bezogen und da mal schauen, was sind da meine konkreten Wirkungsziele? Und dann darauf gucken, habe ich da schon, was sind die Chancen der Digitalisierung? Wahrscheinlich habe ich da eine große Lücke oder ich nutze da gerade Excel. und wenn ich jetzt sage, ich möchte da etwas anderes machen, natürlich, das klingt banal, wie sind meine finanziellen und personellen Ressourcen, aber manchmal vergisst man es eben. Also ich kenne es aus großen Organisationen, ich habe ja auch lange für Save the Children gearbeitet. Da haben wir ganz gerne Eigenentwicklungen gemacht und gedacht, wir haben die personellen und finanziellen Ressourcen und diese Eigenentwicklungen sind dann, glaube ich, immer total aus dem Ruder gelaufen. Oftmals passiert das auch, wenn man kommerzielle Tools nimmt und dann denkt, okay, das kriege ich ja umsonst und das kann ich ja ganz schnell adaptieren. Also das muss man sich am Anfang schon gut überlegen. Auch kritisch nachfragen und eher sagen, okay, eher das Ganze zurücknehmen. Viele werden wahrscheinlich auch sehr, sehr kleine, in sehr, sehr kleinen Vereinen an der Stiftung arbeiten, wo sowieso nur ein, zwei Leute da sind. Kennt man ja seine eigenen Ressourcen auch ganz gut. Welche Tools stehen zur Verfügung? Ich weiß, auch das ist eine Herausforderung. Also da ist, es gibt so ein paar Listen, die eine ganz gute Markttransparenz herstellen. Nicht in Deutschland. Ich habe eine Liste angefügt hinten aus UK. Da kann man sich ganz gut informieren. Es gibt in Deutschland noch relativ wenig. Und es gibt in Deutschland eben auch nicht so einen Kurs, den ich jetzt hier gerade mache oder so ein, wo man einfach mal gucken kann, was bedeutet das eigentlich für mich. Da stehen wir doch ziemlich am Ende. Und das Wichtigste ist eigentlich, wenn ich eine Digitalstrategie mache und ich weiß, dass es dazu eine Session gab in dieser Woche. Und das war bestimmt auch das Thema, alle mitzunehmen. Also zu gucken, wen muss ich da eigentlich mitnehmen? Wie kriege ich meine Prozesse mit den Menschen, mit unserer Kultur und mit der Technologie zusammen? Ich sollte damit anfangen. Und wenn ich zu der Entscheidung gekommen bin, Wirkungsanalyse, Wirkungsmanagement ist für uns so wichtig, dass wir das unbedingt machen sollten, dann eben diese Fragen einmal durchzudeklinieren. Das Zweite, was ich vorbereiten muss, denn ich muss einfach, die Einsetzung eines digitalen Tools macht natürlich nur Sinn, wenn ich dafür auch bereit bin. Also Wirkung zu managen digital macht nur Sinn, wenn ich bestimmte Themen eben erfüllt habe. Und ich habe es jetzt mal Wirkungsmanagement genannt, weil diese Begriffe Wirkungsorientierung, Wirkungsmessung, Wirkungsmanagement natürlich oft parallel gebraucht werden. Ich weiß, dass es Verfechter gibt, die sagen, wir dürfen das nicht Wirkungsmessung nennen, weil Wirkung ist eben wirklich nur das, was ganz hinten rauskommt. Wenn ich über statistische und wissenschaftliche fundierte Methoden das nachgehalten habe, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, wir sollten anfangen, wenn wir schon mal anfangen, unsere Outputs und vielleicht erste Outcomes nachzuhalten, die Daten parat zu haben, die quasi Echtzeit oder sehr kurzfristig zu haben, gibt uns das ganz, ganz viel Möglichkeiten. Insofern mein Appell auch da einfach mal anzufangen. Genau. Und das einfach auch so Stück für Stück genauso zu machen. Also zu planen, das werden Sie wahrscheinlich auch schon mal machen. Also was sind die Bedarfe der Zielgruppe? Dann auf das Thema Wirkungslogik komme ich gleich noch ein. Auch wie ich quasi Indikatoren setze, da werde ich gleich noch im Detail drauf eingeben. Natürlich auf das Thema Daten erheben. Was gibt es für Möglichkeiten? Wie mache ich das? Worauf muss ich achten? Und wir haben zu dem Thema Wirkungsberichten nachher auch noch mal einen Punkt. Und wieder der Appell. Es ist eine Riesenchance, dass ich von den Daten lerne. Ich kenne das selber eben aus meiner langfristigen Arbeit für Save the Children und andere Organisationen. Wie oft man, wenn man so klassisches Monitoring macht, also ich kriege die Daten und ich gucke mir die Monitoringberichte nach drei, sechs oder zwölf Monaten an, wie oft habe ich mich dann ertappt, dass ich gedacht habe, verdammt noch mal, warum haben wir die Daten nicht vorher gehabt? Habe ich das nicht vorher gewusst, dann hätte ich vorher eingreifen können. Dann kommen wir auch schon zu unseren ersten Fragen an Sie und da übergebe ich mal an Frau Perisch. Genau. Ich starte direkt mal mit einer ersten Umfrage. Und zwar möchten wir gerne von Ihnen wissen, ob Sie bereits eine Wirkungstreppe für eines oder mehrere Projekte entwickelt haben. Sie können hier mit Ja oder mit Nein antworten und ich würde Sie einfach bitten, an der Umfrage teilzunehmen, damit wir ein bisschen abfragen können, genau, wo Sie momentan mit Ihrer Organisation stehen. 70 Prozent von Ihnen haben auch schon abgestimmt. Für Sie zur Info. Wir sind derzeit 266 Teilnehmer hier im Webinar und ich lasse die Umfrage noch einen ganz kleinen Moment auf, bevor ich Ihnen gleich die Ergebnisse anzeige, die schon sehr eindeutig sind. Und dann schließe ich die Umfrage und zeige Ihnen auch das erste Ergebnis. Und zwar sagen knapp 80 Prozent, also 79 Prozent von Ihnen, nein, Sie haben noch keine Wirkungstreppe entwickelt. 21 Prozent von Ihnen haben schon eine Wirkungstreppe entwickelt. Dann kommen wir auch direkt zur zweiten Umfrage. Und zwar möchten wir jetzt von Ihnen wissen, ob Sie bereits Indikatoren für Outputs und Outcomes entwickelt haben. Hier können Sie wieder mit Ja, Nein antworten. Und ich sehe, es wird gerade rege abgestimmt. Ich warte noch einen ganz kleinen Moment, bevor ich Ihnen wieder das Ergebnis anzeigen werde. Und dann schließe ich die Umfrage, zeige Ihnen das Ergebnis an. Und zwar haben 65 Prozent von Ihnen angegeben, nein, Sie haben noch keine Indikatoren für Outputs und Outcomes entwickelt. 35 Prozent von Ihnen haben das schon getan. Und dann kommen wir jetzt zur dritten Frage an Sie. Und da würde ich Sie wieder bitten, abzustimmen. Und zwar möchten wir von Ihnen wissen, messen Sie bereits erste Indikatoren? Wieder eine ganz klare Ja-Nein-Antwort, die Sie hier angeben können. Und dann werde ich die Umfrage schließen und Ihnen das Ergebnis wieder anzeigen. Nicht mehr ganz so eindeutig. 53 Prozent von Ihnen sagen Nein. Sie messen noch nicht mit ersten Indikatoren. 47 Prozent tun dies aber schon. Also relativ knapp beieinander. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und dann übergebe ich jetzt wieder an Sie, Frau Wieland. Vielen Dank, Frau Perisch. Ja, das wollten wir gerne wissen, weil ich dann überlegt habe, wie lang oder kurz ich auf das Thema Wirkmodelle eingehe. Das Thema Wirkmodell ist eines, was mal 1962 durch USAID entwickelt wurde unter dem Begriff Log Frame oder Logical Framework. Da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt eben diesen Log Frame. Es gibt Results Frameworks. Es gibt dieses klassische IOOI, also Input, Output, Outcomes, Impact Modell. Es gibt siebenstufige Modelle von Feneo. Aber im Endeffekt muss ich wirklich sagen, sind sie alle sehr, sehr ähnlich. Also komplex oder weniger komplex. Wenn ich anfange mit so etwas, würde ich das auch versuchen, sehr einfach zu halten. Ich habe jetzt hier drin natürlich die Inputs, also was fließt ein an Ressourcen, personell, dann welche Aktivitäten machen wir damit, was sind die Outputs, also was sind die erbrachten Leistungen, wobei man auch da oftmals schon ins Schleudern kommt, weil Aktivities und Outputs oft dann, denkt man, okay, das ist so identisch, macht das überhaupt Sinn? Dann streichen sie einfach die Activities und schreiben das unter die Outputs. Also wirklich einfach und pragmatisch. Und dann wird es natürlich immer ein bisschen komplizierter. Dann ist eben die Frage, was sind meine Outcomes? Was sind die Veränderungen bei meiner Zielgruppe? Hat meine Zielgruppe neue Fähigkeiten? Können sie anders handeln? Hat sich ihre Lebenslage verändert? Ich weiß, dass das relativ komplex ist, weil wir heute das Thema digitale Wirkungsmessung haben, können wir darauf nicht so wahnsinnig viel eingeben. Da würde ich aber einfach an Sie appellieren, auch hinten den Links mal nachher zu folgen und vielleicht eine Session zu machen. Da gibt es auch ganz gute Anleitungen zu und sich für ein Projekt oder mehrere Projekte mal so etwas zu überlegen. Es hilft einfach doch nochmal ganz anders über seine Projekte nachzudenken. Und natürlich ist das, was wir alle wollen, wir wollen die langfristigen Effekte auf einer gesellschaftlichen Ebene, das zu messen, benötigt natürlich dann Kontrollgruppen, benötigt, dass man eben auch sagt, okay, welche Faktoren haben jetzt meine begünstigten, was sind die Effekte, die ich auf sie hatte, was sind eben da Effekte, die ich eben nicht beeinflussen konnte. Da wird es komplexer. Da muss man natürlich dann auch wahrscheinlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir Outcomes schon mal messen können, wenn wir schon mal sagen können, was sind die Veränderungen, die ich nachvollziehen, die ich nachweisen kann, dann kann man mit Storytelling, dann kann man auch mit Hypothesen über den möglichen Impact sprechen. Ich würde das nicht verkomplizieren wollen. Da gibt es sicherlich irgendwas Weiterführendes. Wie schon gesagt, da kann ich heute leider nicht so drauf eingehen, wie man das auch einfach machen kann. Ich zeige Ihnen aber natürlich dann hinterher nochmal digitale Möglichkeiten, wie das aussehen kann, sodass man sich dahin auf den Weg machen kann. Dann komme ich schon zu unserem nächsten Punkt. Und zwar habe ich die ganze Präsentation hier so aufgesetzt, weil ich auch weiß, dass Sie sie hinterher runterladen können, dass Sie immer wie so Checklisten funktionieren. Das werden Sie dann gleich auf der nächsten Folie sehen, dass das, was ich jetzt hier einführe, auf der zweiten Folie, sich quasi so als Checkliste wiederfindet, sodass Sie das dann, wenn Sie das hoffentlich dann hinterher umsetzen wollen, können, sodass Sie dann so Schritt für Schritt davor gehen können. Genau, was wir messen, ist natürlich immens wichtig. Auch das ist ein Allgemeinplatz. Aber man kann natürlich auch mit zu viel Daten, zu wenig Daten, nicht den richtigen Daten, nicht die richtigen Informationen, auch viel verkehrt machen. Deswegen gibt es ein paar Tipps einfach, was wir überprüfen können, wo wir das, was wir messen wollen, die Daten, die wir messen wollen, überprüfen wollen. Und zwar das Erste ist natürlich diese, unten links fange ich mal an, die Wirksamkeit unserer Maßnahmen. Also ist das, was ich mir jetzt mit dem Projekt vorgenommen habe, ist das, was ich messen will, ist das wirklich das, was ich will, das ich tun will? Also passt das zu meiner Mission, passt das zu meinen langfristigen Zielen? Das einfach immer nochmal aufzumachen. Auch ganz am Anfang nochmal zu gucken, für wen will ich eigentlich berichten? Ist das vor allem erstmal ein Geber? Sind das interne Themen? Also bevor ich anfange zu sagen, okay, wir müssen diese ganzen Indikatoren suchen, immer das nochmal kritisch zu hinterfragen. Auch zu gucken, wie ist die Balance zwischen quantitativ und qualitativ? Manchmal ist es auf den ersten Blick einfacher, qualitativ was abzufragen. Das ist natürlich dann hinterher in der Analyse sehr schwierig, immer zu gucken, okay, kann ich das, was ich jetzt hier eigentlich qualitativ machen will, auch in irgendeiner Weise vernünftig quantifizieren? Und der Appell natürlich auch zu gucken, kann ich schon mal in die Ergebnisorientierung gehen? Und nicht messen, okay, was sind meine Aktivitäten? Was packe ich da rein? Muss ich auch wissen. Aber auch zu gucken, okay, was bewirkt das bei meiner Zielgruppe? Also kann ich da schon irgendwas messen? Um dann einfach besser sehen zu können, sind wir auf dem richtigen Weg. Und ganz wichtig natürlich, bei allem, was ich messen will, bei allen Indikatoren, die ich aufsetze, kriege ich dafür realistisch Daten? Ist das von der Kosten-Nutzen-Seite angemessen? Also wir kommen da hinterher gleich noch mal ein bisschen im Detail zu, wo wir gucken, okay, wer misst die eigentlich? Wo gehen die Personen hin? Wie messe ich die eigentlich? Genau diese Infrastruktur der Daten, habe ich die da? Und dann sehen Sie hier quasi die, jetzt eben schon angekündigte Checkliste, das heißt auf der linken Seite, wenn ich über Indikatoren entscheide, die ich dann ja messen möchte, dass ich einfach die Fragen, auf die ich eben quasi eingegangen bin, einmal durchspiele, sehr konkret dann und dann für mich das Fazit fasse, ist das ein sinnvoller Indikator oder packe ich den erstmal zur Seite? Und so komme ich von, also zumindest machen wir das, dass wir am Anfang oft mal so 10, 12, 15 Indikatoren haben, das können wir messen, das können wir messen, das können wir messen und dann einfach über so ein Checkliste, so ein Fragenkatalog, das eben ein bisschen runterkürzen, damit wir uns hinterher eben auch nicht mit Daten kaputt schulen, weißen, das soll man eben auch nicht machen. Und dann, bevor man eben anfangen kann, eben auch mit so einem digitalen Tool zu arbeiten, muss ich die natürlich vernünftig und selber benennen. Das heißt, der Name meines Indikators kann natürlich etwas länger sein, da bräuchte ich aber auf jeden Fall ein kurzeres Label, damit ich das hinterher in meinem Excel oder in meiner Datenbanksheet auch vernünftig wiedererkenne und dann ich 15 Zeilen Text habe, dann sollte ich halt immer gucken und das wäre nachher auch nochmal ein Appell zu schauen, gibt es irgendwelche Standardindikatoren, auf die ich mich zurückverweisen kann. Also, keine Ahnung, gucke ich mir die 199 SDG-Indikatoren mal an, ist da irgendwas dabei, will ich hinterher in irgendeinen Standard, wie den Social Reporting Standard oder diesen Global Reporting Institute, will ich da irgendwo rein reporten, gibt es da Indikatoren, auf die ich mich beziehe, gibt es für meinen Bereich, zum Beispiel, wenn ich im Gesundheitsbereich unterwegs bin oder im Bildungsbereich, gibt es dort quasi Indikatoren, Muster, es gibt ja auch so Indikatoren Datenbanken, da sollte ich mir vorher natürlich auch mal Gedanken machen beziehungsweise da schauen, ob ich etwas, was ich so ähnlich messen möchte, dann lieber auf den Standard aufsetze. Klar, Datenformat muss ich wissen, ist das qualitativ oder quantitativ, numerisch oder prozentual, aufsteigend oder absteigend, da muss ich natürlich ein bisschen Gedanken drüber machen. Dann aber auch eine kleine Anweisung zu schreiben für die Messung. Gibt es da irgendwie eine Formel, was soll ich der Person, die die Daten zusammensammelt, was muss die wissen, eventuell sogar eine Musterhäufigkeit. Wie oft will ich den Indikator sammeln, wöchentlich, monatlich, wie auch immer und gibt es eine Baseline. Also sage ich, ich möchte meinetwegen einen bestimmten Prozentuals einer Klasse oder einer Schule eben befähigen, ihren mittleren Schulabschluss zu schaffen und dann gibt es eine Baseline und auf der will ich das aufbauen. Also das wären für mich die beiden wesentlichen Dinge, die ich definieren muss, bevor ich dann eben in die digitale Messung einsteigen kann. Und auch hier ist so eine, quasi eine Checkliste, auf die ich jetzt auch nicht weiter eingehen kann, wo ich einmal durchdeklinieren sollte, sehr konkret, sehr faktisch und pragmatisch. Also wo sind die Daten? Also sind die in einer bestimmten Schule? Sind die, was weiß ich, beim Lehrer? Sind die beim Prozessbegleiter? Wo auch immer sind sie? Wer erhebt sie auch natürlich? Wer bereitet sie auf? Wer analysiert sie? Und wer berichtet sie? Wenn sie für einen ganz kleinen Verein arbeiten und das alles ganz alleine machen müssen, auch gut. Dann muss man sicherlich nochmal auch ganz, ganz stark gucken, wie bekommt man das in der Art und Weise hin, dass man nicht total überfordert ist. Das zeige ich Ihnen gleich auch, wie sowas aussehen kann. Aber auf jeden Fall muss man einmal drüber nachdenken. Genau. Dann sind wir schon beim vierten Punkt der Vorbereitung, die Kommunikation. Das hatte ich ja eben schon kurz angesprochen. Das heißt, über Wirkung berichten, vom Ende her das Ganze natürlich nochmal denken. Das hatten wir vorne schon mal. Das heißt, welche Informationen benötigen meine Stakeholder? Was benötige ich intern für die Mitarbeiter, für Motivation, für mich selbst? Was benötigen wir extern? Wieder das Thema auch in der Kommunikation. Gibt es bestimmte Berichtsstandards? Was will mein Geber eigentlich? Kann ich mit dem irgendwas auch verhandeln? Kann ich mit verschiedenen Gebern was verhandeln? Das ist immer schwierig, das weiß ich auch. Aber zumindest daran dann eben auch zu wachsen und zu sagen, was ist für mich auch wichtig für die Projekte? Welche Informationen möchte ich daraus beziehen? Und daraus dann eben immer weiter das zu professionalisieren. Auch uns zu überlegen, wollen wir unsere Daten zum Beispiel zukünftig aggregieren? Also möchte ich vielleicht irgendwann sehen, was mache ich in Nordrhein-Westfalen oder was mache ich unter einem bestimmten Bildungsthema? Dann sollte ich da natürlich von Anfang an darauf achten, dass ich in allen Projekten diese Daten auch abfrage. Also dass ich dann Indikatoren habe, die ich überall mir angucke, damit ich genau diese Aggregation hinterher machen kann über alle meine Projekte. Weil ich will ja vielleicht am Anfang mal anfangen mit ein oder zwei Projekten, das pilotieren, mal schauen, okay, wie sieht denn das aus, wenn ich das digital aufsetze? Aber wenn es gut läuft, will ich vielleicht dann in einem Jahr oder zwei oder drei Jahren ja auch gucken können, was machen wir dann über unseren gesamten Verein oder unsere gesamte Stiftung zu bestimmten Themen? Das machen Sie sicherlich teilweise auch heute schon, aber das soll ja jetzt auch einfacher gehen dann. Genau, dann, wie werden die Stakeholder-Informationen verwenden? Also kann ich das irgendwo einbinden in der Website? Wie schnell werden Sie da gebraucht? Und dann auch eben das Thema Datenevidenz. Was muss ich an Belegen haben? Was muss ich vielleicht irgendwo hinterlegen? Wo Daten gesammelt wurden? Wann Daten gesammelt wurden? Von wem? Sollte ich mir frühzeitig überlegen, brauche ich irgendwelche externen Daten? Also als Referenz, also Vergleichsdaten, die ich vielleicht irgendwo dazu addieren bekomme? Und auch das Thema Visualisierung. Also einmal auch das quasi abchecken, damit ich da auch das Richtige sammle und das Richtige in mein Tool überbringe. Und hier einfach der guten Vollständigkeit halber ganz kurz nochmal, auch die Einführung eines Werkzeuges zur digitalen Wirkungsmessung ist ein ganz normales Projekt. Und jetzt wollte ich da nicht auch so eine Checkliste machen, weil von denen haben Sie wahrscheinlich schon ziemlich viele gesehen. Aber klar, man kann jedes Projekt zum Scheiter bringen. Und deswegen hier eher ein bisschen schadzhaft gesagt, klar, wenn ich nicht genau weiß, wer entscheidet eigentlich, was wird entscheidet, wenn meine Erwartungen nicht klar sind, was ich eigentlich will mit digitaler Wirkungsmessung, all das, was wir vorher schon hatten, dann ist es irgendwie schwierig, wenn meine Mitarbeiter eigentlich da überhaupt keine Lust drauf haben, ich hohe Widerstände habe oder die Leitung sagt, ja, mach mal, aber eigentlich ist mir das egal, wird es schwierig. Ich glaube, man muss dafür dann schon werben oder man muss sagen, wir machen mal einen kleinen Piloten, wir gucken uns das an. Irgendwie sollten immer die meisten zumindest dabei sein. auch natürlich wichtig, wie überall in jedem Prozess, es muss klar sein, wer macht das eigentlich, wie ist der Prozess, wer, wie wir das eben auch schon gesagt hatten, wer macht Step-for-Step die Arbeit. Wenn man schon sowieso total überlastet ist, und da ist so ein bisschen mein Punkt, ich war letzte Woche da, zwei Tage bei einem Kongress, und da hatte ich das Gefühl, dass eigentlich alle schon immer so viel drauf haben auf ihrem Arbeitsplatz, auf ihrem Schreibtisch, dass genau dieses Thema Wirkungsmessung dann ganz gerne vom Tisch fällt. Und da muss man, glaube ich, dann mal gucken, was man sagt, so, wo ist eigentlich das Wesentliche, ist Wirkung für mich so wesentlich, dass ich damit mal anfange. Den Rest, klar, wir treffen uns entweder zu viel und reden das Falsche oder wir reden gar nicht und nicht aus Fehlern lernen. Und ich glaube, das Thema aus Fehlern lernen und wie können wir digitale Tools da helfen, schneller zu lernen, mehr zu lernen, das wird gleich noch ein Thema sein. Ich möchte Ihnen jetzt einmal zeigen, wie so etwas konkret aussehen kann. Und wie schon gesagt, Sie verzeihen, dass das jetzt Tola Data ist. Ich zeige Ihnen natürlich nachher, oder Sie kriegen auf der Liste nachher noch andere Tools. Aber Tola Data ist eben extra entstanden, also aus der Idee entstanden, das sehr, sehr intuitiv zu machen, das so zu machen, dass das kleine und mittlere Organisation mit wenig oder gar keiner Expertise in Monitoring Evaluation, dass die anfangen können, eben gutes Monitoring zu machen, mit der Wirkungsmanagement anzufangen. Und hier sehen Sie einfach, wie so etwas dann aussehen könnte. Das ist jetzt natürlich unser Demo-Projekt. Das heißt, da sind ganz unterschiedliche Projekte dabei, die wir dann immer zeigen. Und so könnte man aber zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe drei oder vier Projekte und die sind teilweise sogar mit verschiedenen Partnern, dann könnte zum Beispiel der Partner, der das Projekt Bildungschancen für Kinder macht, der könnte nur dieses Projekt sehen, der hat also nur die Berechtigung für dieses Projekt, der kann da auch reinarbeiten, der kann aber die Daten auch anders eingeben. Also ich kann halt sehr kooperativ mit so einer Plattform arbeiten und eben auch remote, also von welchem Standort auch immer. Wenn ich ein Projekt anlege, zumindest ist das bei uns der Fall, dann ist das einfach immer ein ganz einfacher Schritt. Da gibt es immer so einen grünen Knopf und den muss ich drücken und dann sagt der mir so, wie heißt denn dein Projekt oder dein Programm. Übrigens auch links, das sind jetzt englische Begriffe zumeist. Das kann ich nennen, wie ich das möchte. Dann gebe ich nur den Namen eben ein. Das Land, dem in der Stadt findet statt und endtüttel und dann war es das erst mal. Alles andere, zum Beispiel an welchen Standorten arbeite ich, habe ich Meilenstand oder Phasen, welches Stakeholder, welches Team lade ich dazu ein, was sind deren Berechtigungen und so weiter und so fort. Das kann ich später machen. Aber zumindest kann ich das hier anfangen. Dann gibt es eben in vielen und natürlich auch bei Tuller Data die Möglichkeit eben so eine Wirkungstreppe oder ein Wirkungsbaum oder IOI, was immer, wie ich immer das nenne. Ich kann das auch Oberziele und Unterziele nennen. Das ist total flexibel hier. Ich kann die Anzahl der Stufen auch für mich entscheiden. Also da ist man bei uns zumindest extrem flexibel und das ist ja auch richtig so, weil jede Organisation ist anders und auch da ist es so, man muss einfach auf das Plus drücken und seinen Namen angeben, noch so ein bisschen gucken, wo soll das hin, welche Farbe soll das hin, ist also ein Kinderspiel, sagen wir mal so. Und dann kann man damit ein bisschen rumspielen, denn es überzieht sich dann in die Indikatorenliste. Das wäre also der dritte Schritt. Ich habe mir ja vorher meine Indikatoren überlegt. Da haben wir die beiden Checklisten gehabt und dann habe ich zum Beispiel hier eine Prozentsätze der Schüler, die ihre Abschlussprüfung bestehen und sage, das ist ein zunehmender Indikator. So, mein Ziel ist 90% und 75% haben das jetzt, so bin ich jetzt dabei. Das heißt, ich kann dann hier auf Einblick für dieses Projekt und später dann eben auch im Vergleich mit verschiedenen Projekten sehen, wo stehe ich denn. Und hier steht in Echtzeit, natürlich nur in Echtzeit, wenn irgendjemand auch dann täglich die Daten oder wöchentlich eingibt, aber dann kann ich eben das sehr, sehr schnell auf Einblick sehen. Und hier habe ich Ihnen einfach mal ganz kurz aufgezeigt, wie so eine Indikatoren-Detailseite, also wo wir gerade jetzt sind, ist da oben in dem Daten-Tab, also Sie sehen oben die Indikatoren-Details, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wo Sie eingeben, also wie heißt mein Indikator, ist der numerisch oder prozentual, was ist mein, im zweiten Tab, da oben würde man den Zielwert eingeben, also mein Zielwert sind 90 Prozent, dann habe ich sogenannte Disaggregation, das heißt, möchte ich abfragen, wie das mit Mädchen und Jungen oder mit verschiedenen Altersstufen ist und dann habe ich eben hier die Datenerhebung. Und da sind Tools wie Tool-Adata so aufgestellt, dass man das eben auch ganz einfach machen kann. Also ich kann hier auch bei erhobenen Wert, kann ich das manuell eingeben, weil ich zum Beispiel sage, ja, ist ja alles schön und gut mit eurem digitalen Tool, aber die Lehrer, keine Ahnung, die wollen eben nicht auf irgendeinen Link klicken. Okay, dann mache ich das eben hier händisch, dann hole ich mir das aus einer E-Mail oder aus dem Gespräch oder aus dem Papier, kann das hier auch eingeben, aber habe meine Daten dann eben hier zusammen. Was ich aber auch machen kann, ich kann über Tool-Adata zum Beispiel, das ist Linksformulare, jetzt muss ich das mal eben kurz gucken, das habe ich ausgelassen, ich kann mir eben quasi hier auch einen eigenen Fragebogen erstellen, den ich dann mit einem Link zum Beispiel an meine Lehre oder an meine Prozessbegleiter oder an meine Begünstigsten herausschicke, dann können die quasi ihre Daten dort eingeben, das können sie über ihr Smartphone machen oder über einen Laptop oder was auch immer, müssen auch nicht irgendeine App oder sowas laden und die Daten landen dann gleich unten bei mir in der Datenbank in meinen Tabellen und werden gleich eben mit dem verbunden, also mit dem Indikator verbunden, sodass ich eben wirklich, wenn ich zum Beispiel einen Workshop gemacht habe und die Teilnehmer führen aus, dann habe ich eben in der gleichen Minute noch eben meine Daten da, so wie wir es ja hier auch haben. So und dann wäre eben der letzte Schritt, dass ich das dann eben auch aufarbeiten und kommunizieren kann, das heißt in modernen Tools sind dann eben solche Dashboards oder Reports schon einbezogen und das sind mal diese blöden Worte, für die es kein deutsches Wort gibt, Widgets, ich habe immer mal geguckt, ob man Widgets übersetzen kann, also Widgets sind wie diese kleinen einzelnen Teilchen da, diese Unterteile eines Dashboards und die haben wir zum Beispiel so vorkonfiguriert, das heißt man kann sagen, ich will einen Indikator erstellen und ich will quasi Soll versus Ist erstellen oder ich will den Indikator auf der Zeitleiste erstellen und dann kann man sich das eben quasi so zusammenklicken, das heißt ich kann mir so ein eigenes Dashboard erstellen und kann sagen, das ist mein Dashboard, mein Ding, das ist mein Quartalsbericht an meinen Vorstand oder das ist Bericht, den schicke ich dann dem Geber per PDF oder ich schicke ihm Link dazu, dann kann der auch nur den Report sehen und so kann ich halt quasi dieses Nahtlose von den Daten im Feld, die ich über meinen eigenen Fragebogen hereinhole, dann mit den Indikatoren verbinde, bis hin zum Reporting, also bis hin zu dem Dashboard, was ich meinem Geber oder meinem Vorstand oder wem auch immer oder mir selbst zur Verfügung stelle, was ich natürlich dann auch entsprechend jedes Mal die Zahlen quasi erneuern, also updaten. Ja, das war ein Beispiel, wie sowas aussehen kann, das war jetzt ein bisschen galoppiert, ich hoffe, dass sie ihn trotzdem einen Einblick gegeben haben, auch gerade mit den Vorbereitungen, über die ich vorher gesprochen habe, wie sowas aussehen kann, wie man dann sowas eben auch sehr, sehr konkret und sehr schnell umsetzen kann und also eigene Erfahrung, das fängt dann auch schon an Spaß zu machen, weil man eben so schnell dann Fortschritte und Ergebnisse sieht und weil wir jetzt auch zum Beispiel merken, dass auch sehr kleine Organisationen, die das erstmal politieren, eben dann auch sehr schnell merken, okay, am Anfang denke ich, okay, wow, nicht noch mehr Arbeit, nicht noch was auf meinem Schreibtisch, aber wenn ich merke, okay, das spart mir auch viel Arbeit und ich kriege eben ganz andere Einblicke, ich kann eben viel schneller eben Fragebogen herausschreiben, muss die Daten nicht übertragen, sondern habe das alles auf einer Plattform, spart das eben auch wieder sehr, sehr viel Zeit. Da sind wir dann bei unserer nächsten Frage, Frau Perisch. Ja, ich werde die Umfrage sofort starten und zwar ist sie jetzt live und wir möchten jetzt gerne von Ihnen wissen, welche Cloud-basierten Anwendungen oder Tools nutzen Sie in Ihrer Organisation bereits? Sie haben drei Antwortmöglichkeiten. Die erste wäre, Sie haben Cloud-basierte Office-Anwendungen in Ihrer Organisation, die genutzt werden, wie zum Beispiel Google Drive. Die zweite Antwortoption wäre, Sie nutzen Cloud- oder webbasierte Tools, es sind allerdings andere als die Office-Anwendungen, wie zum Beispiel für ein CRM-System oder aber die dritte Antwortoption wäre, nein, Sie nutzen bisher keine Cloud-basierten Anwendungen oder Tools. Ich würde Sie bitten, wieder abzustimmen, was auch rege gemacht wird, wie ich sehe. Ich lasse die Umfrage noch einen ganz kleinen Moment offen und dann schließe ich jetzt wieder die Umfrage und zeige Ihnen auch direkt das Ergebnis an. Ganz knapp. 35 Prozent von Ihnen sagen, ja, Sie nutzen Cloud- oder webbasierte Tools. Dicht gefolgt von 34 Prozent von Ihnen, die sagen, nein, Sie nutzen bisher keine Cloud-basierten Anwendungen oder Tools und 31 Prozent von Ihnen nutzen Cloud-basierte Office-Anwendungen. Also insgesamt sind 66 Prozent von Ihnen schon dabei, Cloud-basierte Anwendungen oder Tools in der Organisation zu nutzen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und dann übergebe ich wieder an Sie, Frau Wieland. Dankeschön. Ja, das wollte ich wissen, weil sich ja doch einiges verändert, wenn man anfängt, eben mit Cloud- oder webbasierten Tools zu arbeiten. Und ich muss gestehen, ich habe in der letzten größeren Organisation, in der ich arbeite, habe ich so ein bisschen diesen Markt der webbasierten Tools verpasst. Das ist natürlich auch so, wenn man schon in einem größeren Umfeld arbeitet oder man hat sich vor Jahren mal für eine größere Anwendung entschieden, dann ist es sehr schwer oder man macht es auch einfach nicht. Man guckt sich natürlich nicht einfach den Markt an, was es alles gibt. Aber da ich ja jetzt die Chance hatte, hier letztes Jahr noch mal ein neues Unternehmen zu gründen, haben wir eben alles nur webbasiert aufgesetzt. Jetzt also unser ganzes Thema Lohnbuchhaltung. Wir haben ein CRM, was mit Google eben auch gleich verbunden ist, was so richtig Spaß macht zum Arbeiten, muss ich gestehen. Und ich kann mir ehrlich gesagt mein Leben ohne Google Drive oder sowas ähnliches gar nicht mehr vorstellen. Also dieses gemeinsame Arbeiten an Dateien, quasi auch egal, wo man arbeitet, dieses flexible Arbeiten, muss ich sagen, hat mein Leben doch sehr verändert. Wie ist das mit dem digitalen Wirkungsmanagement? Was kann sich ändern zum Guten und zum Schlechten? Ich glaube und ich sehe das auch, auch aus meiner 15-, 20-jährigen Erfahrung in gemeinnützigen Vereinen und NGOs, ist es extrem wichtig, dass wir lernen, dass wir schnell sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also ich könnte Ihnen noch zwei Stunden aus dem Nähkästchen erzählen von allen möglichen Erfahrungen, wo ich mich wirklich hinterher geärgert habe, dass ich nicht wusste, zum Beispiel, dass bestimmte Seminare in Kenia nicht funktioniert haben, wo ich nicht wusste, dass wir gerade was einführen auf den Philippinen, was es in Indonesien längst gab, dass wir ganz viele Interventionen hatten. Wir haben mal geguckt, 80 verschiedene Interventionen für Newborn Child Survival und ein paar waren super wirkungsvoll, ein paar nicht, wo man dann echt über sich selbst den Kopf schüttelt und sagt, das kann noch nicht sein, dass wir im Zeitalter von digitalen Möglichkeiten arbeiten, dass wir da so hinterher hinken. Also mein Appell eben wirklich, zu sagen, gucken, kriegen Sie, dass Sie die Daten so hinbekommen, dass Sie sich sehr genau überlegen, was müssen wir wissen, was wollen wir wissen, denn man kann dann wirklich seine Arbeit natürlich ganz anders kontinuierlich verbessern, hinterfragen und damit auch bessere Angebote für die Menschen, für die wir arbeiten, erstellen. Was ist die Downside? Immer schneller, höher, weiter. Das, klar, mehr Daten, mehr Informationen führen dazu, dass diejenigen, die in der Entwicklungszusammenarbeit, die in Sozialarbeiten, die soziale Themen haben, ist es eben nie genug. Ich kenne das auch und auch da müssen wir auf uns aufpassen und wenn Sie eine Führungskraft sind, auf die Leute aufpassen. Das vielleicht auch hilft, auch mal was nicht zu tun. Das auch hilft zu sagen, okay, wir haben uns das angeguckt und dies und das Thema lassen wir jetzt einfach auch mal sausen. Wir konzentrieren uns auf das, was wirkungsvoll ist. Transparenz ist immer gut, aber Transparenz kann auch Angst machen. Das ist mir auch bewusst. Transparenz, die aus solchen Möglichkeiten digitale Wirkungsmessung entsteht, kann super überzeugend auf Stakeholder, auf Förderer, auch auf Mitarbeiter wirken. Das habe ich selbst auch gesehen und ich sehe auch, dass viele Förderer sich zunehmend entscheiden, anhand von Wirkungsdaten eben Mittel zu vergeben. Im angelsächsischen Raum ist es ja teilweise schon so, also wer mit Diffid zu tun hat, da gibt es dieses sogenannte Results-based Finance, das heißt, man bekommt seine Zuwendung nicht mehr quartalsweise, sondern nur, wenn bestimmte Wirkungsdaten erfüllt sind. Das finde ich jetzt auch nicht gut, obwohl das natürlich auch nicht an mir liegt, aber ich sehe, dass wir solche Modelle zunehmend bekommen. Das heißt, ich möchte gerne auch, dass wir uns und dass Sie sich vor allem darauf vorbereiten können. Aber natürlich bedeutet Transparenz auch Vergleichbarkeit und Angriffsfläche. und da ist es glaube ich völlig legitim, wenn man sagt, okay, wir gucken uns das jetzt mal an, wir nehmen die Daten und wir schauen sehr genau, was behalten wir bei uns, wo wollen wir für uns lernen und was geben wir heraus. Ich glaube, da müssen wir alle miteinander lernen und das habe ich dann unten auch mit Gelb nochmal bezeichnet. Da braucht es eine Kommunikationskultur und vor allem, was ich auch sehe, auch eine andere Fehlerkultur. Ich bringe jetzt hier mal dieses Unwort Agil und ich bin ja nun seit zwei Jahren in der Softwareentwicklung tätig und habe das auch ein Stück weit schätzen gelernt, weil es wahnsinnig schwierig ist zu sagen, ich habe da einen Plan gemacht und wie schaffe ich es denn, das wirklich immerhin zu hinterfragen und das, was schief läuft, eben wirklich als Chance zu sehen, das ist fast unmenschlich, aber es ermöglicht es eben und ich glaube, wir werden das alle miteinander auch lernen und dann wird es ja hoffentlich normal werden und hoffentlich auch in Deutschland normal werden, dass man Fehler machen kann, dass man sich auch mal die Nase legen kann und dass man das eher als positive Lernerfahrung sieht. Vernetzung lässt sich über so ein digitales Wirkungsmanagement-Tool wirklich gut herstellen. Wie schon gesagt, man kann eben auf einer Plattform dann mit Partnern zusammenarbeiten, der Partner sieht nur sein eigenes Projekt oder seine eigenen Projekte, man selbst hat den Überblick, man kann aber den Partner zum Beispiel auch nur über diese Fragebogen anbinden und ihm dann hinterher aber und das bleibt ja auch oft aus, oft bitten wir Partner oder auch Mitarbeiter oder auch die Schulen um irgendwelche Daten und schaffen es dann nie, denen quasi hinterher einfach mal auch eine Information darüber zu geben, was da mit ihren Daten passiert ist und das ist halt einfacher, sehr, sehr viel einfacher. Der Wissenstransfer ist einfach geworden, auch und das werden ja viele schon von Ihnen auch schon haben, dass man natürlich ganz anders mit Begünstigten heutzutage über Slack, über WhatsApp, das ist ja alles völlig normal geworden, aber auch eben Überwirkung mit denen kommunizieren können. Aber wenn ich mich sehr stark vernetze, wenn ich sehr stark in Konsortien oder mit Partnern zusammen arbeite, ist natürlich immer die Frage, was ist mit meiner eigenen Positionierung, wofür stehe ich, was ist mein originäres Thema? Und dann klar, darüber müssen wir auch sprechen, natürlich kann so ein Tool auch für mehr Effizienz sorgen und wie schon gesagt, das kann Freiräume schaffen, das hoffe ich dann auch, dass es dann nicht irgendwelche Arbeitsplätze gekillt werden, obwohl ich das glaube, dass in den meisten Vereinen nicht der Fall sein wird, aber auch da wieder wie oben, manchmal kann es eben auch zwingen, noch schneller regieren zu müssen und es bringt, wenn ich zu viele Daten sammle, eben auch eine Informationsflut. Das einfach auch als kleine Checklist, als Reminder vielleicht, wo man nochmal reingucken kann, wenn man anfängt damit zu arbeiten. Dann haben wir jetzt hier nochmal eine letzte Frage mit Dropdown und da übergebe ich nochmal an Frau Perisch. Und zwar möchten wir jetzt gerne von Ihnen wissen, weshalb Sie sich für die Wirkungsmessung interessieren. Konkret, wir interessieren uns für digitale Wirkungsmessung, weil, und jetzt können Sie mehrere Optionen auch anklicken, entweder A, weil unsere Geber es fordern oder B, wir uns generell digitaler aufstellen möchten, C wäre, weil unsere Mitarbeiter sich dafür interessieren und es auch vorantreiben. Die vierte Antwortoption wäre, weil wir das Wissen über unsere Projekte vergrößern möchten und auch teilen wollen. Oder die letzte Antwortoption wäre, weil wir wenig Ressourcen oder auch keine Ressourcen haben für Monitoring und Evaluierung. Genau, und dann würde ich Sie bitten, auch wieder abzustimmen. 70% von Ihnen haben schon Ihr Kästchen angeklickt oder auch zwei Kästchen angeklickt. und ich warte auch noch einen ganz kleinen Moment und dann schließe ich die Umfrage und zeige Ihnen auch direkt das Ergebnis. 71% von Ihnen sagen, Sie möchten das Wissen über die eigenen Projekte vergrößern oder teilen und interessieren sich daher für die Wirkungsmessung. Gefolgt von 63% von Ihnen, die sagen, wir möchten uns generell digitaler aufstellen. 37% von Ihnen sagen, weil wir einfach keine oder wenig Ressourcen für Monitoring und Evaluierung haben. Dicht gefolgt von 35% von Ihnen, die angegeben haben, weil sich einfach die Mitarbeiter dafür interessieren und es auch vorantreiben. Und der kleinste Teil von Ihnen, 18% hat angegeben, weil die Geber es fordern, interessieren Sie sich für die Wirkungsmessung. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Damit schließe ich die Umfrage. Und übergebe wieder an Sie, Frau Wieland. Wunderbar. Dann kommen wir nämlich auch jetzt schon zum letzten Thema, weil ich auch gesehen habe, es ist schon auch fast 45 Minuten vorbei. Hier finden Sie eine ganz kleine Auswahl von digitalen Tools. Ich werde hinterher in dem letzten Teil, sehen Sie gleich, da gibt es auch einen Link, da gibt es alle möglichen Tools. Ich glaube einfach, dass es nur wichtig ist, sich vorher zu überlegen, was brauche ich eigentlich. Geht es mir vor allem darum, jetzt Daten zu erheben und zu sagen, ich brauche sehr spezifische Fragebogen. Also wenn man aus der Entwicklungszusammenarbeit kommt, dann kennt man zum Beispiel ODK und ONAR, mit denen man eben auch offline vor Ort arbeiten kann, die sehr spezialisiert sind. Oder haben wir schon LamaPAL oder Service Mancles oder Google Form und dann nehme ich die Daten und arbeite mit Excel weiter. Oder will ich das etwas komplexer machen, gibt es natürlich eine Vielzahl von Anwendungen, einmal aus dem Sektor oder auch kommerzielle Anwendungen, die ich nutzen kann. Und die Fragen habe ich da oben einfach mal kurz zusammengefasst. Da komme ich aber auch nochmal gleich stärker zu. Und dann gibt es natürlich in diesem unteren Kasten eben spezialisierte Tools für Monitoring und Evaluation. Da habe ich Ihnen einfach mal ein paar aufgeschrieben. Da ist der Markt in Deutschland noch sehr jung. In Amerika sieht das anders aus, aber sagen wir mal so mit Datenhosting in Amerika, das kann man sicherlich kritisch sehen, aber da gibt es natürlich wirklich spannende Lösungen, muss man wirklich sagen. Und Lösungen, die auch sehr, sehr weit entwickelt sind. Der wesentliche Teil ist aber dann, glaube ich, dass Sie sich ganz genau überlegen. Und das ist sicherlich der nächste Schritt, zu sagen, was brauchen wir eigentlich, welche Funktionalitäten, was ich gerade schon gesagt habe. Wollen wir die Daten vor allem eben erheben? Wollen wir sie managen? Müssen wir sie analysieren? Wollen wir sie kommunizieren? Brauchen wir eine sehr spezielle Anwendung? Also sind wir zum Beispiel im Gesundheitsbereich tätig und dann macht es sicherlich absolut Sinn, mit einem Tool wie Comcare zu arbeiten, weil das einfach so speziell darauf ist. Aber dann auch eben die Frage uns zu stellen, wie viel Komplexität können wir da managen? Denn ich kann mir natürlich ein wahnsinnig tolles, hochentwickeltes Tool kaufen, aber wenn ich dann von denen nur einen ganz kleinen Teil der Funktionalität nutze, ist es schwierig. Ganz wesentlich bei, auch meine Entscheidung hier, ist immer, dass die Daten bei der Organisation verbleiben müssen und dass ich sie jederzeit wieder exportieren kann, wenn ich vielleicht doch entscheide nach dem Piloten, das ist nicht mein Projekt. Oder wenn ich sage, okay, ich will nur für dieses Projekt zum Beispiel mit so einem Monitoring Evolution Tool arbeiten und nach dem Projekt habe ich vielleicht auch gar nicht mehr das Geld oder will es nicht mehr, dass ich meine Daten einfach hinterher exportieren kann. Kooperationsmodell ist auch wichtig, wenn ich sage, hey, ich will sowieso die Daten alle selber eingeben. Das ist vielleicht dann nicht so wichtig, wenn ich aber sage, ich kann mir vorstellen, mit verschiedenen Partnern zum Beispiel auf so einer Plattform zu arbeiten, muss ich mir das überlegen. Klar, Preis-Leistung ist wichtig. Was ist auch das Preismodell? Ist es ein Preis per User? Oder sind es verschiedene Körbe, 1 bis 5 oder 5 bis 10? Was passt für mich? Und natürlich auch immer, immer, das habe ich jetzt hier vergessen, sehe ich gerade, auf jeden Fall darauf achten, dass Sie so etwas wie ein Free Trial, also eine Testphase haben, sodass Sie vier Wochen mindestens gucken können, passt das für mich, ohne dass sich daraus irgendein Zwang oder irgendein automatischer Kauf ergibt. Da würde ich auf jeden Fall darauf achten. Natürlich die personalen Kapazitäten. Das schönste BI-Tool nutzt nichts, wenn da keiner mitarbeiten kann. Ich finde Nutzerfreundlichkeit extrem wichtig. Also die Tools, die wir hier angeschafft haben, eben auch für andere Bereiche, ist mir ganz wichtig, dass ich mich da vorsetze und relativ schnell damit arbeiten kann. Denn ich bin sonst so, dass ich dann relativ schnell die Lust auch verliere. Flexibilität ist wie oben zu sagen, gibt es da Module, kann ich das für mich skalieren in einer vernünftigen Art, sodass ich vielleicht bei kleineren und minder komplexen Projekten gar nicht so viel nutze. Ist das System kompatibel? Also kann ich das mit anderen Schnittstellen verbinden? Hat es offene Schnittstellen? Ganz wichtig natürlich hier in Deutschland ist das Thema Konformität zu Datenschutz-Grundverordnung. Ist es für mich wichtig, dass zum Beispiel Server nur in der EU stehen? Sollte ich darauf achten? Brauche ich neben Deutsch weitere Sprachen? Welche Sprachen? Dann kann man natürlich auch sagen, möchte ich, dass das aus dem Sektor kommt, entwickelt ist? Möchte ich, dass es Open Source ist? Und sollte es verbinden sein, es gibt diese Nine Principles for Digital Development, wo vieles eben aus der Entwicklungszusammenarbeit eben gesagt wird, wir müssen das so denken und wir wollen das auch kooperativ denken. Oder will ich zum Beispiel auch, dass mein Tool in irgendeiner Weise mit den SDGs, also mit den Sustainable Development Goals verbunden ist? Auch das wieder für Sie als kleine Checkliste. Hier ist schon mal ein Anfang der Unterlagen und Ressourcen. Ich würde einfach auch jetzt die Fragen abwarten und vielleicht auch hinterher bei Facebook nochmal die Fragen abwarten und dann Ihnen noch ein bisschen was dazu packen. Was ich schon mal gemacht habe, ist so einiges von den Voraussetzungen. Ich habe da jetzt auf der Linksseite deutsche Quellen genommen. Ich hätte auch noch relativ viel englische oder internationale Quellen. Da würde ich so ein bisschen auch nochmal schauen, wie da der Bedarf ist. Bei den digitalen Tools gibt es leider so gar nichts in Deutschland. Da habe ich einfach jetzt mal vier Quellen für Sie gefunden, die ich sehr, sehr gut finde. Ich finde von NetHope, da hatten wir vorne diese Value Chain drin. Die haben so ein Handbuch gemacht für Technologie in Organisationen, was ich sehr, sehr gut und sehr praktisch anfassbar finde. Dann gibt es von Mandy oder wie das heißt im UK, gibt es einen guten Überblick über alle möglichen digitale Tools im Bereich Monitoring Innovation. SOPECT hat sehr, sehr viel gemacht. Es ist ein sehr spezifisches Tool. Ja, das einfach schon mal als erster Überblick. Wenn Sie dann hinterher klicken, dann einfach natürlich mit dem rechten Mausclip auf den Link und dann kommen Sie auf die automatische Seite oder auf das PDF, was ich da angehängt habe. Und damit bin ich erst mal am Ende und freue mich auf Ihre Fragen. Dann vielen Dank an dieser Stelle schon mal an Sie, Frau Wieland. Wir starten auch direkt mit den Fragen. Und zwar kam ganz am Anfang die Frage, ob Sie auch noch Beispiele für Indikatoren Datenbanken nennen können. Ja, natürlich. Würde ich dann mit einfügen. Kann ich, weiß ich zwei, drei gute Datenbanken. Füge ich in die Linkliste mit ein und mache das nochmal als speziellen Punkt. Super. Und für Sie zur Info. Die Unterlagen finden Sie im Laufe dieser Woche auf unserer Webseite des Digitalkamps. Dort können Sie sich die dann eben runterladen. Genau. Und so bekommen Sie dann auch die Informationen mit den ganzen Links. Genau. Das werde ich nachher nochmal bei Facebook posten. Was mich interessieren würde, wenn ich Zeit und Geld hätte, sage ich immer, dann würde ich in Deutschland so eine Datenbank nicht nur für Indikatoren, sondern auch für Wirkungstreppen machen. Das werde ich hinterher nochmal bei Facebook posten, ob es da Interesse gibt. Denn wenn man zum Beispiel sich orientieren könnte oder wenn Vereine auch teilen würden oder wir gucken, was gibt es in der EZ eigentlich schon so an Wirkungstreppen oder IOO-Logiken, ich finde einfach, dass es dann sehr viel einfacher ist, sich daran zu orientieren und selber was zu erstellen. Dann kamen sehr viele Fragen zum Thema Datenschutz-Grundverordnung. Also eine Frage war zum Beispiel, haben Sie bei Datenerhebungen eben auch diese Themen bezüglich der Datenschutz-Grundverordnung, werden die berücksichtigt? Wie geht man mit diesen sensiblen Daten der Organisation oder der Person um? Wie kann da der Datenschutz verankert werden? Genau. Ist ja auch ein längeres Thema, würde ich auch einen Link zu einfügen. Wir halten das eben immer so, dass wir sagen, möglichst wenig oder gar keine personenbezogenen Daten. Das heißt, zum Beispiel haben wir ein Projekt mit einer deutschen Stiftung, wo wir Daten von Jugendlichen in bestimmten Programmen, wo wir gesagt haben, diese Daten bleiben ganz allein beim Jugendamt und dem Träger der Jugendhilfe. Und die Daten, die über Tula-Data eben verschiedenen anderen Trägern und dem Steering Committee uns zur Verfügung stehen, da ist das alles komplett anonymisiert. Und da würde ich auch einen Link zu anfügen, wo man nochmal nachgucken kann, okay, worauf muss ich achten, wenn ich Daten, gerade natürlich sensible Daten, in irgendeiner Weise verarbeite. Dann bin ich hier gerade die Fragen am Sortieren. Und zwar fallen Ihnen Förderstiftungen ein, die im Umgang mit Ihren Förderpartnern auf digitale beziehungsweise Cloud-basierte Wirkungsmanagement-Tools setzen. Förderstiftungen. In Deutschland bisher nicht, ehrlich gesagt. Das ist momentan noch kein Thema. In dem Bereich Impact Investing geht es los. Das ist dann eher quasi für Social Enterprises, dass die Impact Investoren eben sagen, okay, ich möchte, dass diese Wirkung wirklich dokumentiert ist. In Deutschland ist mir dann noch keiner bekannt. Dann eine sehr spezielle, konkrete Frage. Können Sie digitale Tools empfehlen, die Open Source sind, Datenschutz zertifiziert sind und bei denen die Server zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden? Oh wei. Ich glaube, es wird schwierig. Ehrlich gesagt, es gibt in Deutschland und Europa sehr, sehr wenige Tools zur Wirkungsmessung. Also es gibt außer uns noch ein sehr spezielles und sehr teures Tool in Deutschland, was sich kleine Organisationen überhaupt nicht leisten können. Und dann gibt es einen Ableger der GEZ. Ob jetzt, ehrlich gesagt, unsere Server mit welcher Art von Energie, die betrieben werden, das wüsste ich nicht mal. Ich kann mich da mal schlau machen. Aber das, da kann ich momentan nichts, da tut mir leid, nichts zu sagen. Aber es ist eine sehr spannende und gute Frage. Ich werde genau diese Frage auch mal an unseren Dienstleister stellen, der die Server betreibt. Weil das natürlich ein Thema ist, dem wir uns auch stellen müssen, dass wir natürlich durch jede Abfrage und durch alles, was wir so gedankenlos googeln, den ganzen Tag eben auch immer Energie verbrauchen. Dann kamen jetzt einige Fragen, die sich sehr speziell auf Tola Dada spezialisieren. Da würde ich zum einen sagen, Frau Wieland ist ja auch gleich in der Facebook-Gruppe, wo sie ganz genau auf die ganzen Fragen eingehen kann. Und sonst können Sie sich eben auch an Frau Wieland direkt wenden. Eine Frage kam jetzt hier öfter, die würde ich jetzt stellen, bevor ich dann wieder versuche, mehr die allgemeinen Fragen zu stellen. Und zwar, wie es bei Tola Dada generell mit den Preisen aussieht. Also, wenn Sie da ganz kurz was sagen können, was es mit der Software genau auf sich hat. Ja, also es gibt ein Preisband auf der Website und man kann bei uns auf der Website auch ganz einfach sich für einen Free Trial anmelden. Also, es einfach mal ausprobieren für umsonst. Und dann geht es los bei 49 Euro im Monat. Da hat man zwei Nutzerlizenzen und kann halt komplett alles durchnutzen. Das Thema Datensammlung kann man natürlich an hunderte oder tausende Leute rausschicken. Also, das ist nicht mit einem Preis behaftet. Es geht dann weiter mit fünf Nutzerlizenzen, die würden 99 Euro im Monat kosten. Das klingt jetzt erst mal teurer, aber ich verspreche Ihnen, die Arbeitserleichterung und der Effizienzgewinn ist deutlich größer. Und wenn eine Organisation das überhaupt nicht hinbekommt, dann finden wir auch eine Lösung. Also, wir haben bisher noch niemanden, der Interesse hatte, nach Hause geschickt, weil wir, vielleicht sage ich das auch noch mal dazu, wir verstehen uns als Sozialunternehmen. Wir sind eigentlich damals mit dem Anspruch gestartet, gerade für Grassroots-Organisationen überall auf der Welt so ein Tool zur Verfügung zu stellen. Jetzt habe ich blöderweise auch eine Menge Geld aufnehmen müssen. Das heißt, wir müssen ein bisschen unsere Schulden zurückzahlen, aber die Idee ist immer noch sehr, sehr, wir sind selber auch sehr wirkungsgetrieben. Mir geht es darum, dieses Thema Wirkungsorientierung ja stärker, anfassbarer, machbarer zu machen. Deswegen finden wir eine Lösung. Aber das vielleicht so als etwas längere Antwort. Aber es geht bei 49 Euro im Monat los. Okay. Und können Sie noch was dazu sagen? Sinnvolle Tools für das Finanzmanagement mit Partnern aus unterschiedlichsten Ländern? Oh, so aus dem Stillgreif auch nicht. Auch das ist eine schwierige Frage. Da haben wir einen Markt-Research gemacht, mal noch bei meiner Zeit bei einem anderen Verein. Ich muss mal gucken, ob ich den noch irgendwo habe. Kann ich schauen und würde das dann auch in die Link-Liste packen. Das ist eine Wahnsinns-Herausforderung. Das kenne ich auch. Ja, jetzt nicht spontan, aber ich würde das in die Liste mit einbeziehen und würde dann die Fragenden bitten, sich dann, genau, das runterzuladen, dann vom Haus des Stiftens. Genau. Gut. Dann vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Sie, Frau Wieland. Herzlichen Dank für Ihren Einblick in die Welt, der digitalen Wirkungsmessung. Jetzt gleich um 11.30 Uhr geht es weiter mit dem Webinar Online-Unterstützung finden mit Jona Hölderle. Wir hoffen, Sie sind auch mit dabei. Zu dem Webinar hatte ich Ihnen auch gerade eben schon noch den Link eingespielt. Da können Sie sich jetzt auch gerne noch anmelden. Und dann sage ich jetzt Tschüss aus München und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Und dann sage ich jetzt zum nächsten Mal. Ich möchte jetzt auch noch den Tag. Und dann sage ich jetzt noch eine Maschin und dann sage ich, also kann ich Ihnen das erste Mal aussehen. Vielen Dank.